Hallo liebe Zuschauer, liebe Gruselfreunde, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Auch heute habe ich zur Einstimmung auf Halloween wieder eine Retro-Filmkritik für euch. Und auch heute wird es nicht ganz so gruselig, aber wir haben trotzdem so ein bisschen Grusel mit dabei. Und wieder geht es um Vampire, genau wie beim letzten Mal. Allerdings haben wir es diesmal mit einem weiblichen Vampir zu tun. Und ja, der gibt quasi eine Bestellung auf und zwar einmal beißen bitte. Der Film entstand im Jahr 1985 unter der Regie von Howard Storm und erzählt die Geschichte von einer 100.000 Jahre alten Vampirlady, die von Lauren Hutton gespielt wird. Also quasi die Mutter aller Milfs, wenn man so möchte. Und die braucht jedes Jahr an Halloween frisches Blut von einer Jungfrau, einer männlichen Jungfrau, ganz wichtig. Den muss sie dreimal vor Halloween beißen, um ihre Jugend und Schönheit zu erhalten. Wobei das Ganze natürlich relativ ist. Allerdings, ich finde Lauren Hutton schon ziemlich heiß, ja, auch damals schon. So, der Jüngling, auf den sie es diesmal abgesehen hat, wird von Jim Carrey gespielt. Jetzt hätte ich fast auf sie gezeigt, auf Jim Carrey gespielt. Und Jim Carrey, der hat hier eine seiner ersten Filmrollen. Und er zeigt hier bereits, wie er schön herumkaspern kann. Er zieht hier seine Grimassen, bewegt sich. Also das ist richtig toll, ist die perfekte Besetzung. Der jedenfalls versucht permanent und schon seit Längerem bei seiner Freundin zu landen, wie es hier so schön heißt. Ist halt ein Film aus den 80er Jahren, da hat man noch so gesprochen. Allerdings funktioniert das Ganze nicht. Also zieht er mit seinen beiden Kumpels nach Hollywood und macht da einen Streifzug durch die Bars und trifft da auf die Vampirlady. Die nimmt ihn mit, beißt ihn und fortan ist der junge Mark, so heißt er in dem Film, ja, wie verwandelt. Auf einmal steht er auf die Farbe Schwarz, läuft halt in Schwarz rum, hat merkwürdige Träume, isst gerne ungebratene Hamburger, trinkt das Braten, den Bratensaft aus dem Glas und isst allgemein halt etwas anders. So, gleichzeitig merkt seine Freundin allerdings auch, dass etwas nicht mit ihm stimmt. Und ja, da sie ihn ja doch irgendwie liebt, versucht sie ihn aus den Fängen der Vampirlady zu befreien. Das, ob das funktioniert, ich sag mal nix, aber es ist eine 80er Jahre Horrorkomödie, eine Liebeskomödie, auch ein Stück weit dabei. Also, da muss man schon sagen, wahrscheinlich geht's gut aus. Was wir hier kriegen, ist jede Menge abgefahrener 80er Jahre Humor, ein paar Sexwitzchen und wir haben zwei der drei Fragezeichen als Synchronsprecher, nämlich den Oliver Rohrbeck und den Andreas Bröhlich alleine. Das ist schon mal was, wo man sagt, Mensch, hier super klasse, da fühlt man sich direkt wie zu Hause. Toller 80er Jahre Soundtrack ist ja auch noch dabei. Dazu, ja, der Humor, es ist einfach toll, es ist ein ganz großartiger Film und ja, ich sagte ja bereits, es ist eine Retro-Filmkritik, denn diesen Film, ich meine, ich habe ja viele Filme vorgestellt, auch ältere Filme, die keine Retro-Filmkritiken sind. Retro-Filmkritik ist bei mir ja immer ein Film, den es so nicht zu haben gibt. Zu haben gibt. Also, den man so nicht kaufen kann. Diesen Film, den gibt es zu kaufen. Der wurde im Jahr 2005 auf DVD veröffentlicht, ist allerdings mittlerweile nur noch zu Mondpreisen erhältlich und ich habe leider auch keine DVD gekriegt. Ihr seht schon, das hier ist eine selbst gebastelte Hülle aus der damaligen VHS-Kassette. Ja, als ich das noch konnte, habe ich meine VHS-Kassetten digitalisiert. Ich hatte damals noch einen Videorekorder, der wurde dann angeschlossen, aber ihr kennt das Verfahren vermutlich. Und da habe ich meine VHS-Kassette, das war eine Original-UFA, glaube ich, genau. Hier oben haben wir noch so ein Stückchen von dem UFA drauf. Habe ich dann auf DVD aufgenommen und also quasi gebrannt. Eine Sicherheitskopie angefertigt von meiner VHS-Kassette, bevor sie den Geist aufgegeben hat. Geist aufgegeben hat sie vermutlich in der Müllpresse, weil da ist sie dann letzten Endes gelandet. Heute würde ich das nicht mehr machen. Die Hülle habe ich dann zerschnitten, also das hier ist tatsächlich ein Teil der Original-Hülle mit diesen tollen Bildern drauf hier. Und dann auch hier mit großer, aktueller Kino-Hit-Vorschau. Hier waren also tatsächlich damals schon Trailer davor, vor dem Film. Obwohl hatten die damals oft, ne? Ja, da hatten die damals bei den Kaufkassetten eigentlich fast immer so Trailer mit davor. So eine kleine Trailer-Show. Also so sah die Videokassette damals aus. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn irgendein Label, Turbine, ihr seid gefragt, ja? Oder Anolis. Wenn irgendein Label sich diesen Film oder die Rechte daran sichern würde und den neu auf Blu-ray auf den Markt bringt. Ja? Am besten auch mit dem Cover hier. Weil das Cover der DVD, ich habe mir das mal angeguckt. Und das ist jetzt schon cool, finde ich. Also das ist das Original-Kino-Cover. Außerdem, es gibt viele Gründe, diesen Film hier neu zu veröffentlichen. Und hier, guck mal hier. Nummer 1, Kino-Hit in den USA. So haben die damals das beworben. Damals liefen ja nicht alle Filme hier im Kino. Als sie Videotheken aufgemacht haben, wurden ja viele Filme direkt auf Video veröffentlicht. Und dann haben die um die Gunst der Leier gebuhlt. Und dann meistens hier mit solchen Sprüchen hier. Nummer 1 im Kino, USA, der Hit, ungekürzt. Die Älteren werden sich erinnern. Dieser Film, ganz große Klasse, ganz großes Kino. Wenn ihr den irgendwo bekommen könnt, dann schaut ihn euch an. Und wenn nicht, dann hoffe ich, ich habe euch trotzdem nochmal auf das Halloweenfest einstimmen können. Denn das ist so ein Film, den ich mir in der Vor-Halloween-Zeit eigentlich ganz gerne angucke. Weil er ist, ja, ne, gruselig ist er nicht. Aber es sind Vampire drin. Und zwar welche, die nicht glitzern. Und ganz viele halbnackte Frauen. Und Männer. Also generell. Toller Film. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Speyer. Boa noite. ilk Rum. Boa noite. Boa